Hallo meine Lieben! Ach, das hat doch wunderbar funktioniert. Ich habe euch eben gerade in meiner Insta-Story gefragt, ob ihr mir mal Fragen für ein neues Q&A schicken könnt und zack, kamen so viele Fragen. Und jetzt sitze ich hier vor der Kamera und kann das direkt für euch beantworten, weil die Geburt steht kurz bevor. Es kann jetzt jeden Moment soweit sein und vielleicht ist es jetzt auch schon passiert. Ich versuche ja gerade so viele Videos wie möglich für euch vorzuproduzieren. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass ich eure Fragen beantworten darf und wir legen auch direkt los. Möchtest du gerne stillen oder wird es die Flasche bekommen? Ich möchte sehr gerne stillen. Ich möchte diesmal auch wirklich versuchen, länger zu stillen und ich bin total gespannt, wie es diesmal klappt. Meine Hebamme Janice und ich, wir sind jetzt gut vorbereitet und versuchen, die Probleme, die ich damals hatte, so ein bisschen zu umgehen und das ganze Thema so ein bisschen anders anzugehen und direkt mehr anzuregen. Und dann drückt mir die Daumen, dass es klappt. Ich würde mich total freuen und wenn es dann nicht klappen sollte und ähnlich sein wird wie beim letzten Mal mit Ella, weiß ich auf jeden Fall, dass ich dann aber entspannter reagieren werde und mir nicht mehr so viele Vorwürfe machen werde oder mich schlecht fühlen werde. Weil unserer kleinen Ella-Maus geht es super gut mit der Flasche und bis jetzt, sie ist gesund und munter. Sie war ganz selten krank und ja, also von daher, ich gehe relativ entspannt an das Thema ran. Ich wünsche es mir sehr, dass es besser klappt. Aber du, wenn es nicht sein soll, dann eben nicht. Dann gibt es die Flasche. Hast du vor irgendetwas Angst? Respekt. Ja, in Bezug auf die Geburt, in Bezug auf die Zeit danach. Also doch, also ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin komplett tiefenentspannt und ich denke die ganze Zeit nur positiv und ja, ich mache mir überhaupt keine Gedanken. Doch, also ich mache mir schon Gedanken und ich habe auch manchmal Angst. Ja, ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst, das nicht hinzubekommen mit zwei Kindern. Ich habe Angst, weil ich ja jetzt weiß, das ist ja ja höchstwahrscheinlich jetzt der Kaiserschnitt wird, wie ich mich danach fühle, ob ich wieder so starke Schmerzen habe, wie schnell ich wieder fit bin. Ob Ellachen zurechtkommt mit dieser neuen Situation, ob wir uns als Familie wieder schnell neu finden, dass jeder seinen neuen Platz irgendwie weiß und dass Ella sich nicht vernachlässigt fühlt. Werde ich zwei Kindern gerecht? Ja, also Fragen über Fragen und Ängste und Sorgen. Ich glaube, das ist ganz normal. Also ich hoffe zumindest, dass es ganz normal ist und dass nicht nur ich das habe. Und das ist auch so ein bisschen wie Torschusspanik. Ich weiß, es kann jetzt jeden Moment soweit sein und dann sind wir auf einmal zu viert. Ja, und dann ist alles wieder anders und aufregend. Auf einer Seite totale Vorfreude und Neugierde auch und auf der anderen Seite auch Angst. Ja, und Angst und Sorgen. Also das ist so, sehr, sehr viele Gefühle und sehr viele Fragen und Gedanken sind gerade in mir. In welchem Krankenhaus willst du entbinden? Ein Titor steht dir da vor der Tür oder was? Hilfe! Und hab dann Blumen für mich, weil ihr wisst, dass Jens mir so selten Blumen mitbringt. Nein, Scherz beiseite. Obwohl ich mich da echt drüber freuen würde. So, okay, jetzt aber. Ich werde in Berlin entbinden und das ist das gleiche Krankenhaus wie damals. Es ist das DRK Westend in Berlin. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es gibt aber auch noch viele andere gute Krankenhäuser hier bei uns in Berlin. Also, ja, da haben wir wirklich so die Qual der Wahl und jeder hat da andere Schwerpunkte. Und das Wichtige ist halt, sich sehr, 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 sehr früh anzumelden, so damit man überhaupt noch einen Platz bekommt. Gut, ja. Wollt ihr noch ein drittes Kind? Ich habe immer gesagt, nein. Ich habe gesagt, zwei Kinder ist perfekt. Jens ist der gleichen Meinung. Lustigerweise so manchmal, aber das zweite Kind ist ja noch nicht mehr da. Manchmal denke ich, ach, so drei? Ach, wäre doch auch nicht verkehrt. Wenn es jetzt mit dem zweiten gut läuft, dann denken wir vielleicht über ein drittes nach. Wenn wir jetzt mit dem zweiten denken, so, jetzt sind wir aber auch total ausgelastet genug. Und es ist wunderbar. Es fühlt sich genau richtig an. Wir brauchen nicht noch größer werden. Dann lassen wir es. Aber so komplett ausschließen würde ich es auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Hast du vor der zweiten Geburt mehr Angst oder Respekt als vor der ersten? Oder bist du dieses Mal entspannter? Hm. Tja. Ich würde sagen, auf einer gewissen Art und Weise bin ich entspannter. Habe aber mehr Respekt. Nicht Angst, aber Respekt. Ja. Also, ich weiß ja jetzt, dass es ja ein Kaiserschnitt wird. Und wer weiß, also vielleicht am Ende dreht er sich nochmal am letzten Tag. Und dann kann man doch natürlich gebären. Aber so wie meine Voraussetzungen halt sind, habe ich euch ja erzählt, wird es wieder ein Kaiserschnitt. Und damals war das ja so, dass der Kaiserschnitt bei Ella ungeplant kam. Und ich ja ewig in den Wehen lag. Und das alles nicht so eine schöne Erfahrung für mich war. Aber der ganze Geburtsverlauf war nicht sehr schön. Und das hat mich sehr mitgenommen. Und jetzt fühle ich mich aber besser darauf vorbereitet. Dadurch, dass ich auch weiß, es ist wieder ein Kaiserschnitt wird, weiß ich jetzt, was auf mich zukommt. Und konnte mich auch mental da besser drauf vorbereiten. Und das finde ich sehr wichtig. Dementsprechend habe ich keine Angst. Aber ich habe Respekt. Und ich freue mich jetzt auch nicht auf die Schmerzen danach. Sage ich euch ganz ehrlich. Weil also jede Frau, die jetzt ihr erstes Kind erwartet und sagt, ach, so ein geplanter Kaiserschnitt, ja super. Und hier und alles so easy peasy. Nein, das ist gar nicht easy peasy. Das ist eine große OP, ihr Lieben. Und das dürft ihr auf keinen Fall unterschätzen. Und klar, es gibt auch Frauen, die haben wahnsinnige Angst vor den Geburtswehen und vor der Geburt an sich. Und die wünschen sich deswegen einen Kaiserschnitt. Aber ein Kaiserschnitt ist halt auch nicht irgendwie mal hinlegen und dann ist das Baby da und alles ist vergessen. Also der Bauch wird da aufgeschnitten. Ihr habt eine Wunde. Und die erste Zeit, ich konnte nicht laufen. Ich konnte nicht auf die Toilette. Ich konnte nichts machen. Ich war gefühlt wie so ein Pflegefall. Musste mich sehr, sehr schonen. Man kann nicht direkt sein Baby versorgen. Fühlt sich da auch so ein bisschen hilflos. Und möchte das gerne, darf es aber nicht. Und das ist irgendwie auch nicht schön. Also ich, nur dass ihr das wisst, das ist halt eine, natürlich jetzt mittlerweile eine Standard-OP, aber es ist eine Operation. So, deswegen habe ich großen Respekt davor. Und fühle mich dennoch besser vorbereitet. So, ein bisschen ausgeartet. Wie soll ich das nur schaffen mit Baby und Kleinkind? Mach dir keinen Stress. Lass es auf dich zukommen. Du wirst dran wachsen und jeden Tag wird es besser. Ach so, eine ganz liebe Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank. Das stimmt. Diese Frage stelle ich mir sehr oft. Und je nachdem, wie meine seelische Verfassung ist, lege ich mir da auch meine Antworten zurecht. Also, wenn es mir mal nicht so gut geht, dann bin ich Meister darin, mich selber zu verfolgen. Selber zu verfolgen, um mir selber Angst zu machen. Wie kann ich das nur schaffen? Und dann denke ich mir auch wieder, diese Angst, die man sich da macht, die gar nicht real ist, jetzt hör auf damit, ist totaler Quatsch. Ja, Engelchen und Teufelchen da in mir. Und jetzt ist es aber so, dass das Engelchen, Engelchen ist gestärkter. Engelchen ist gestärkter, weil ich weiß ja auch genau, ihr habt komplett recht, man muss das einfach alles auf sich zukommen lassen. Es gibt gerade, was das angeht, da kannst du halt auch nicht planen. Und man kann es sich nur grob vorstellen, wie es sein wird. Jetzt wissen wir, wie es ist, ein, das erste Kind zu bekommen. Aber viele sagen auch beim zweiten Kind, das ist halt auch alles wieder anders. Ja, also was soll ich mich jetzt großartig da verrückt machen? Auch wenn ich echt so ein Typ bin, der sich gerne verrückt macht. Aber es macht einfach keinen Sinn. Ich muss es jetzt einfach auf mich zukommen lassen. Und ich werde bestimmt sensible und schwache Momente haben, wo ich auch nicht mehr weiter weiß und wo ich denke, ich schaffe das alles nicht. Ja, ich kenne mich ja, ich bin ja sehr emotional und das artet dann manchmal aus. Aber genauso weiß ich, dass es auch gute Tage geben wird und dass wir an unseren Aufgaben wachsen werden. Und dass irgendwann auch der kleine, süße Junge durchschlafen wird und dass alles besser wird. So. Mit selber Mut. Wer passt auf Ella auf, wenn du in der Klinik bist? Habt ihr ein Familienzimmer? So, Familienzimmer haben wir gesagt, dass das ganz zauberhaft wäre, wenn wir das bekommen. Man kann das ja so ankreuzen oder so sie Wünsche äußern. Ja, jetzt hängt natürlich dann immer davon ab, wie viele Leute sind dann da gerade? Wie viele Frauen kriegen ihre Kinder? Ist dann überhaupt noch ein Zimmer frei? Wer hat da jetzt Priorität? Also, mal gucken. Es wäre natürlich echt bombastisch, wenn wir das kriegen. Aber es kann auch sein, dass das nicht klappt. Das muss man dann auch einfach mal schauen. So, gerade wann, ob das überhaupt möglich ist. Ja, zu der anderen Frage. Also, wir sind ja sehr froh und dankbar, dass wir ja die Mama von Jens hier in der Nähe haben. Die wird dann zu uns kommen und sich um Ella kümmern. Auf was freust du dich am meisten, wenn der kleine Zaubermensch da ist? Wie süß. Zaubermensch? Kenne ich gar nicht. Kenne ich total toll. Werde ich jetzt auch öfter sagen. Zaubermensch. Worauf freue ich mich am meisten? Also, ich freue mich am meisten darauf, auf die Zeit, wenn sich das einigermaßen eingespielt hat und wenn wir einfach ja so eine richtige Familie sind und Ella sich auch dann wohlfühlt in ihrer neuen Rolle und vielleicht das allererste Mal ihrem kleinen Bruder einen Bussi gibt oder sagt, dass sie ihn lieb hat oder wie jetzt so sagen, wenn wir uns ein Buch anschauen und ich ihn stille, dass wir einfach so eine innige, schöne Atmosphäre haben und so eine Situation, wo wir denken, ja, wir gehören alle zusammen und das war genau die richtige Entscheidung und es geht uns allen gut damit. Wir fühlen uns wohl und ja, diesen Familienzusammenhalt spüren. Darauf freue ich mich. Wollen du und Jens heiraten? Schatzi, wollen wir heiraten? Also, ich denke schon, dass wir irgendwann heiraten werden. Ich weiß es nicht, aber wir müssen auch nicht heiraten. Also, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich gesagt, ich will unbedingt heiraten und da war mir das so wahnsinnig wichtig. Nee, ich muss, nee, erst hatte ich eine Zeit, da habe ich gesagt, also früher habe ich immer gesagt, heiraten brauche ich nicht. Dann habe ich Jens kennengelernt, habe ich irgendwann gesagt, ach, ich will unbedingt heiraten. Also, eigentlich schon voll das Kompliment für Jens. Dann jetzt, aber durch das erste und jetzt das zweite Kind, jetzt sage ich auch gerade wieder, ach, nee, heiraten, also jetzt geht es ja sowieso nicht und jetzt kriegen wir erst mal das Kind und ach, jetzt müssen wir, also irgendwie ist das jetzt nicht mehr so auf meiner Liste ganz oben. Ja, ich habe das jetzt wieder so ein bisschen verworfen. Ich kann es mir vorstellen, ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass ich das mit dem Mann alles erleben darf und wir gehen da jetzt durch dick und dünn und jetzt kriegen wir das zweite Kind und wir sind eine richtige Familie und das schweißt eh noch viel mehr zusammen als eine Heirat. Also, die Kinder werden uns immer miteinander verbinden und von daher, mal schauen. Also, ich habe auch immer gesagt, ich werde nie einen Antrag machen. Also, wenn, dann müsste das schon Jens machen. Richtig schön und sich auch was einfallen lassen. Ach, mal schauen. Es ist jetzt einfach gerade nicht die richtige Zeit, aber grundsätzlich ausschließen möchte ich das nicht. So, das waren eure Fragen. Ich danke euch, ich danke euch, ich hoffe, ich konnte das ausreichend beantworten. Wenn noch eine Frage offen ist, dann einfach hier unten in die Kommentare schreiben. Ich habe euch ganz doll lieb. Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag und dicken Kuss.